SWISS TXT AG NDR 2021 Yo, salut zusammen und herzlich willkommen zum kleinen Speed-Nahmittag hier von DHR10 mit meinen Freunden haben wir natürlich alle unsere Kerne wieder mal rausgepackt ein bisschen überarbeitet worden, das gibt es nicht mehr, es gibt etwas anderes andere Motorsysteme, seid gespannt, wir werden hier einer nach dem anderen bei perfekten Bedingungen wieder mal hinterher jettet hier bei Disso Arena in Biubien, ich wünsche viel Spass und würde sagen, ihr seid hoffentlich genau so gespatte Weg Let's go, oder? Offiziell, aber es wird Spannend Es wird Spannend nicht viel Klärtechnische Bremse, Flächere, Klasse und Klebstäbe Ja, Mann, freue mich! Hau so viel Spass! Peace! Auf Wiedersehen! 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. 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 Tschüss.